Eine ganz wichtige Sondernachricht soll ich euch überbringen und zwar gestern Abend, so vorm Einschlafen, als ich im Alpha-Zustand war, hat die geistliche Welt mit mir gesprochen und es ist wirklich wichtig, dass wir heute zusammenwirken, dass ich diese Botschaft überbringen darf im Channeling und mit einem Power-Gebet für die aktuelle Situation. Und ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich dies tun darf. Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Sie wollen uns trennen und spalten. Das ist das Thema in dieser großen Verunsicherung, die im Moment durch die C-Maßnahmen und durch die E-Pflicht, sogenannte noch freiwillige Entscheidung von uns, ja alles durcheinander bringt. Ich werde auf Telegram, auf meinem Kanal, das noch ein bisschen genauer erläutern, damit ihr auch genau versteht, was ich euch heute sagen möchte. Es ist mir auch wichtig, dass ich nicht in diesen Filter hier von YouTube reinfalle, sondern dass dieses Video alle Menschen erreicht. Ja, es geht im Moment ziemlich hart her. Ja, und die geistige Welt ist bei uns, sie unterstützt uns. Und es liegt wirklich an uns, wie wir mit diesen Energien aus dem Kollektiv umgehen, wie wir sie handhaben. Und wichtig ist, dass wir zusammenstehen, dass wir zusammenhalten und uns nicht aus der Mitte bringen lassen durch Maßnahmen, die vielleicht gar nicht für uns gut sind. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden und dann danach auch handeln. Und mit diesen Worten von der geistlichen Welt, die wir gleich bekommen werden, werden wir da, hoffe ich doch, dass ihr dann da auch eine Klarheit und eine Kraft bekommt, um besser mit den allgemeinen Bedingungen im Moment zurechtzukommen. Ich weiß, es gibt für alles einen Befürworter oder einen Gegner. Die Lichtarbeiter für sich sollen so entscheiden, oder eigentlich ja jeder Mensch sollte so entscheiden, wie es ihm gut tut. Und seid aber auf der Hut, jede Entscheidung, die aus der Angst heraus getroffen wird, ist keine eigene Entscheidung, ist keine Herzensentscheidung. Und es geht ja um die Herzensentscheidungen, um das, was deine Seele dir sagt. Darum geht es. Und nur so kommst du gut durch diese Zeit. Also es gibt auf beiden Seiten eine Angst. Ja, es gibt bei den Befürwörtern von den I-Maßnahmen gibt es eine Sache, die Angst haben, dadurch krank zu werden. Und von der Gegenseite ist ja auch diese Angst vor Krankheit da. Also es ist alles gar nicht so einfach im Moment. Deswegen sage ich euch, geht in euer Herz und lasst euch dort von eurer Seele zeigen, was richtig ist. Das Ganze zielt für mich so hinaus auf eine Spaltung der Gesellschaft. Das ist ja schon lange im Gange, aber es wird eben immer massiver. Jetzt fühlt sich das so an, es gibt eine Seite der Befürworter, eine Seite der Gegner. Und das kann uns eigentlich nicht auseinanderbringen. Wir sind die Lichtarbeiter. Und das, was vorausgesagt wurde für das Wassermann-Zeitalter und für die neue Ära, diese große Zeit, die jetzt beginnt, das war ja auch, dass sich verschiedene Zentren bilden, verschiedene Lager, wo die Menschen sich einer Meinung sind, wo Menschen im gleichgesinnten Modus zusammenleben können. Und das wird jetzt durch diese Entwicklung für mich noch viel mehr greifbarer. Also das beschleunigt jetzt das Geschehen so, dass wir dann doch mehr zusammenrücken können und sich tatsächlich diese Zentren schneller bilden werden, wo zum Beispiel nur spirituelle zusammenleben. Und es dann da andere Regelungen gibt, als wie in den anderen Lagern, denn es wird ja auch mehrere Lager geben. Also nicht nur ein oder zwei, sondern wirklich mehrere. Ja, und das ist alles eigentlich eine große Spaltung. Aber wenn man jetzt bedenkt, in der Lichtarbeit können wir ganz viel Großes vollziehen. Und ich sage euch eins, im Juni gibt es ja das spirituelle Treffen von mir in Marburg. Also wer mich da persönlich mal kennenlernen möchte, ist ganz herzlich eingeladen. Ich verlinke euch das unten mal. Und wer jetzt nicht persönlich dabei sein kann, kann natürlich übers Internet auch dabei sein. Es wird sich eine ganz große, starke Gemeinschaft energetisch bilden. Und das ist so eine Grundlage, die für die aktuelle Situation ganz wichtig ist. Und was auch bestimmt wird, wir werden uns auf jeden Fall treffen. Und wenn wir im Park sitzen, ja, und wenn wir in der Natur sind, spielt alles keine Rolle. Es wird stattfinden und übertragen wird es auch. Es gibt so genug technische Mittel, mit denen man auch in der Natur sonst wo eben dieses machen kann und übers Internet übertragen kann. Und ich werde mich darum kümmern, dass das dann auch klappt. Also es ist einfach im Moment schwierig, weil der Schatten möchte sich gerade so über das Licht drüber schieben. Und das kann er nur mit der Angst. Und diese Angst wird gerade wieder mal so sehr geschürt und auch die Freiheit wird versucht, einem wegzunehmen. Und man muss sich das ja nicht alles gefallen lassen. Das ist der Punkt. Und wir haben als Lichtarbeiter die Kraft der Gedanken. Das ist unser Werkzeug, was wir bewusst einsetzen, was die anderen noch nicht so können. Aber wir haben dieses Bewusstsein und können mit unseren Gedanken ganz viel anderes, besseres erreichen. Und daran appelliert die geistige Welt, besinnt euch auf das, was ihr in Wirklichkeit möchtet, auf das, was ihr seid. Gebt die Freiheit nicht auf für eine Sicherheit, für eine Sicherheit, die vielleicht gar keine ist, denn am Ende werdet ihr beides verlieren. Es gibt auch so einen wunderschönen Satz, den ich euch gerne jetzt mal sagen möchte. Der heißt, erkenne dich selbst und handle entsprechend. Dann fühlst du dich mit dir im Reinen und bleibst gesund. Diesen Satz möchte ich euch gerne mitgeben heute. Und er soll auch so die Einleitung sein in das, was uns jetzt die geistige Welt zu sagen hat. Und ich bin so gespannt, was ihr zu dem Video sagt, weil es war oder es ist nicht einfach, mit einigen Worten sehr viel zu sagen. Denn ihr solltet in diesem Video auch hinter meinen Worten verstehen, was ich sage. Und ich denke, das könnt ihr sehr gut. Und auf Telegram sage ich es nochmal deutlich, sodass ihr es dann nochmal nachvollziehen könnt, was wirklich so gemeint ist. So, jetzt stimme ich mich ein. Und jetzt kommt gerade die Durchsage, dass die geistige Welt bei uns ist und im Moment ganz viel Energie zur Verfügung gestellt wird, die uns unterstützen wird. Und auch in den zehn Portaltagen im Mai, die ja jetzt schon begonnen haben, wird die geistige Welt uns intensiv unterstützen, unseren Weg zu finden und auch intensiv unterstützen diese Zentren, dass die wachsen können, dass die entstehen können. Ich soll euch sagen, dass wir ja gerade am Beginn eines neuen Zeitalters sind und dass es gerade zu Beginn sehr turbulent ist, bis sich die Energien gefunden haben, ihre Wege gefunden haben. Und wir sind jetzt gerade in dieser Findungsphase und vieles, was jetzt, was heute plötzlich richtig ist, kann morgen falsch sein. Und das ist der Punkt, wo wir in uns gehen sollten und dadurch dann unseren Weg, unseren ganz persönlichen Weg finden werden. Ich soll euch auch noch sagen, diesen Weg, diesen Weg, den findet jeder für sich selbst, aber nur in sich selbst. Diesen Weg wirst du nicht im Außen finden, sagt die geistige Welt. Und jetzt werde ich mit euch noch tiefer in die Energien eintauchen und mich vollkommen öffnen für die Botschaften der geistigen Welt. Und dann werde ich värld wenn ich crow elementos mun lion Semarana 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 Einströmt das Licht der Wirklichkeit, einströmt die Liebe und die Wahrheit. Gottes Liebe schützt dich und führt dich durch diese Zeit und deine Seele trägt Gottes Liebe zu dir. Liebes Menschenkind, es ist immer noch genügend Zeit, dass alles in Gottes Ordnung kommt. Und du bist heute hier, um zu erkennen, welche Kraft in dir liegt und dass du in deiner Entscheidung wichtig bist. Und lieber Mensch, ich bitte dich nun, dein Herz zu öffnen und bereit zu sein für die Botschaften des Lichtes, für die Botschaften aus den Dimensionen der Liebe, welche zu dir getragen werden. Wir sind die Räte des weißen Lichtes und überbringen jetzt diese Botschaft. Lieber Mensch, du stehst am Beginn von etwas sehr Großem und es ist an der Zeit zu erkennen, dass du alles in der Hand hast. Und es ist an der Zeit zu erkennen, dass du selbst das entscheidest, was für dich gut ist. Es ist auch an der Zeit zu erkennen, dass du sehr kräftig und stark bist und dass dich deine Seele unterstützen wird, so wie sie es schon immer getan hat, unterstützen wird, herauszufinden, was gut für dich ist. Denn nur du allein kannst entscheiden, was gut ist, was richtig ist. Nur du weißt das. Und wenn du es in deinem Bewusstsein noch nicht weißt, dann wird es dir deine Seele zeigen. Und so bleibe im Vertrauen mit deinem Licht und werde dir immer wieder gewahr, dass du dabei bist von dem Beginn von etwas Wunderbarem, Großen und dass du jetzt in diesem Moment auf der Erde bist, um dies mitzugestalten. Deswegen bist du hier. Und deswegen bist du auch heute hier. Und wir haben ein Geschenk für dich. und zwar werden wir die Energien für dich halten und dir die Möglichkeit geben, mit deiner inneren Stimme ein Gebet zu sprechen. Nirjana wird beginnen und du hast dann die Möglichkeit später, deine eigenen Worte in dieser hohen Energie zu sprechen. Meine liebe Seele, ich danke dir, dass du für mich da bist. Lieber Gott, liebe geistige Welt, ich danke euch von Herzen, dass ihr für mich da seid. bitte gebt mir Kraft und Halt, dass ich in meiner Mitte bleiben kann und dass ich aus meiner Mitte heraus die Stimme meiner Seele hören darf. meine allerliebste Seele, ich danke dir so sehr, dass du mich führst, dass du mich fühlen lässt, was gut für mich ist und dass ich daraus meine Entscheidungen treffen darf, die richtig für mich sind. und ich vertraue auf die Stimme meines Herzens. Ich bleibe in meiner Mitte und ich entscheide mich für das, was mir gut tut. Ich trete aus dem Kollektiv der Angst hinaus in das Kollektiv der Liebe. Denn ich weiß, diese Liebe führt mich zu Gott. denn ich weiß, diese Liebe ist die Basis für die neue Erde. Und ich bin unendlich dankbar, dass ich hier sein darf und helfen darf, dass alles wieder in die göttliche Ordnung kommt. Und nun, lieber Mensch, nimm dir ein wenig Zeit, um noch deine eigenen Worte in dieser hohen Energie zu sprechen. ein wenig Zeit, zu sprechen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Energie strömt in Wellen der Liebe zu dir. Sie heilt alles, was jetzt geheilt werden darf. Und sie baut dich auf, kraftvoll den Weg der Lichtarbeit zu gehen. Ich danke den Reden des weißen Lichters für die Unterstützung und für die wundervollen Energien der Liebe, der Hoffnung und des Vertrauens. Ich schließe meinen Kanal wieder und bin ganz wie der Mensch. Ich habe euch alle so lieb. Und ich weiß, dass alles gut wird. Die Kraft der Liebe ist bei uns. Das Licht strahlt durch dich hindurch zu den anderen Menschen. Smarana, ich wünsche mir, dass es dir gut geht, dass du kraftvoll und gesund bist und dass wir zusammen das neue Zeitalter rocken, sozusagen. Ein Küsschen für jeden und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Smarana, Smarana, Smarana. Smarana, Smarana, Smarana